Herzlich Willkommen zum vorletzten, also zum elften Teil. Unsere zwölfteiligen Serie, die größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um etwas sehr Dynamisches, um etwas Ubiquitäres, das heißt fast alle erleben es, dass sie unterbrochen werden. Das bedeutet, dass die beste Planung schön sein kann, wenn sie tatsächlich nicht umgesetzt wird. Und häufig wird sie deshalb nicht umgesetzt, weil von außen Unterbrecher an die Tür klopfen und etwas anderes wollen. Oder weil von innen heraus unterbrecherische Gedanken, Gewohnheiten, Rituale oder Ablenkungsbedürfnisse auftauchen. Zusammengefasst also ist es deine Aufgabe, dich zu beschützen. Wenn du Eigentum hast, dann wirst du draußen dein Fahrrad wahrscheinlich anschließen. Wenn du einen Garten hast, wirst du einen Zaun bauen. Wenn du eine Wohnung hast, ein Haus hast, wirst du sie abschließen wollen. Genauso wie dein Auto. Das heißt, du beschützt in der Regel dein Eigentum. Nur was die meisten Menschen nicht gelernt haben, ist ihre Zeit auch als Eigentum zu beschützen. Und dazu möchte ich dich heute einladen, dass deine Zeit das Wertvollste ist, was du hast. Denn mit wie viel Geld kannst du die letzten drei Sekunden, die letzten drei Stunden oder drei Tage zurückkaufen? Wahrscheinlich wird dir alles Geld der Welt nicht dazu ausreichen, dich in die Lage zu setzen, deine Zeit zurückzukaufen. Das heißt, jede Sekunde, die verloren ist oder die geklaut worden ist, ist weg. Und das wissen professionelle Zeitmanager, dass es tatsächlich einen Kampf gibt um deine Zeit und meine Zeit. Und es wird in deinem Leben wichtige Menschen und Personen geben, die deine Zeit brauchen. Es wird wichtige Projekte geben, die deine Zeit erfordern. Und da ist der Schwerpunkt zu setzen, dass du die Zeit, die du hast, tatsächlich dort interrierst und nicht woanders verlierst. Von daher lade ich dich ein, eine Liste zu machen. Das, was ich jedem Klienten von mir empfehle, wenn sie also eine Zeitplanung gemacht haben, selbst zu dokumentieren, wann sie von wem unterbrochen worden sind. Und das können Unterbrechungen sein durch andere Menschen von außen. Es kann aber das Klingeln am Computer sein, sie haben eine neue E-Mail. Oder hier eine neue Nachricht, da will dir Fokus und Spiegel was mitteilen. Hier gibt es Social Media, da kommt ein Telefonanruf, hier klingelt jemand an der Tür. Das sind die äußeren Unterbrechungen, die gilt es zu notieren. Dann gibt es auf der zweiten Seite die inneren Unterbrechungen. Die Gefühle, ach jetzt könnte ich mal einen Kaffee trinken, jetzt mal eine Schokolade, jetzt was zu essen machen, hier mal ein Schwätzchen, da mal surfen und und und. Das heißt also, auch aus deinem Inneren heraus gibt es die Bedürfnisse, die dich unterbrechen. Auch die gilt es aufzuschreiben. Wenn du das gemacht hast, dann machst du dann eben eine Spalte und überlegst und bewertest, welche Unterbrechungen sind zulässig. Und dann machst du einen Plus und sagst, okay, wenn das passiert, dann lasse ich die Unterbrechungen zu. Wenn du also zu Hause im Homeoffice ein Kind hast und das verletzt dich, hat einen offenen Schädel, Basisbruch, dann wirst du dem Kind wahrscheinlich nicht sagen, ich muss jetzt gerade meine E-Mails machen, bitte warte eine Stunde oder fahre dich selbst ins Krankenhaus. Also solche Unterbrechungen sind sehr wahrscheinlich zulässig. Oder wenn ein wichtiger Kunde oder Mitarbeiter oder Geschäftspartner anruft und was Dringliches hat und du drohst oder es sich anbahnt, dass der dir den Auftrag entziehen will oder die Geschäftspartnerschaft beenden will, dann wird das wahrscheinlich auch Vorrang haben. Aber all die anderen Aufgaben, wo du sagst, das ist nicht zulässig, nicht wirklich relevant, nicht wirklich wichtig, dann machst du ein Minus und sagst, hier will ich in der Zukunft Unterbrechung verhindern. Und dann kommt der dritte Schritt. Also links deine Unterbrechung, extern, intern, in der Mitte zulässig, nicht zulässige Unterbrechung. Dann kommt ganz rechts außen daneben die Spalte der Schutzmaßnahmen. Also wie konkret willst du dich davor schützen, dass es ständig an der Tür klopft, am Fenster klopft oder dass Menschen was von dir wollen zu einem Zeitpunkt, wo du beispielsweise andere wichtige Aufgaben erledigen willst? Und natürlich, wie kannst du die internen Unterbrechungen abschalten oder verhindern? Zum Beispiel, dass du die Benachrichtigung am Computer ausschaltest, dass es ständig Bing macht. Sie haben eine neue E-Mail oder Bing, sie haben einen neuen Post. Dass du das alles deaktivierst, den Sound ausschaltest, die Meldung ausschaltest. Also wie du siehst, hast du erstens eine große Bankbreite von kreativen Ideen, die dir vielleicht an selbst kommen oder am Coaching erarbeitet werden können, die dich dafür beschützen, vor externen oder internen Unterbrechern dich zu beschützen. Auf der anderen Seite siehst du aber auch, dass du es selbst in der Hand hast, denn in der Regel kommt kein Chef mehr vorbei, wenn du selbstständig bist und sagst, jetzt ist aber Arbeitszeit, hören sie auf zu chatten und zu surfen. Da wirst du wahrscheinlich den Arbeitsplatz verlieren auf der Arbeit, aber als Selbstständiger verlierst du nur deine Zeit. Also, triff jetzt die Entscheidung, dich zu schützen vor allen Unterbrechern, dir Gedanken zu machen, was ist zulässig und Maßnahmen einzuleiten, die dich schützen. Sicherlich wirst du nie 100% gefeit sein vor Ablenkung und sicherlich wirst du immer wieder neue Unterbrecher auch entdecken. Aber durch dieses System, dass du weißt, dass von außen oder von innen Unterbrecher kommen können und dass du dich selbst beschützt, wirst du Kontrolle bekommen, dass zumindest 80, 90, vielleicht 95% deiner Zeit so eingesetzt wird, wie du es auch geplant hast. Und das wünsche ich dir. Und ansonsten geht es morgen weiter mit dem zwölften und letzten Teil unserer Serie. Dein Daniel Scherer.